Marius! Von hier ist es September 23. Klaxasse Marius. Von hier wollen wir ein bisschen eten merken. Von hier wollen wir merken, dass ich eine andere Strecke lang volle Tauwackes Merke Tauwacksteig, dann... ...dann... 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 nicht... ...dann... ...if... hier... ...dann ich kaufeln. Mozzarella, du hast ein paar E-Chaken, Zippeln, hier hast du Reichebrüder und Spark, du hast Schinkenfleisch, Jalapenos, ein Kilo gemoldet Rindfleisch, hier hast du vor dir das Fleisch, das Karnik und Schiele können raus und was geht noch. So das wird von dir wählen, das werden die alle Reitmärkte an die Zweiburgis starten. Dankeschön. Du hast die Peper und die Jalapenos gereicht, die werden die abschnitten, gerade zu starten, an der Domank, und hier dann an die Zippelnbrüder Brüder. Und dann wird die Reitmärkte, das Fleisch gut machen und dann wird das alle Topen geben. Dankeschön. Na ja, wir setzen die Jalapenos und Zippeln, da haben wir so, von Brüderbrüder, wo die Reitmärkte, wo das Fleisch gut machen, und dann wird das alle machen. Dankeschön. Okay, nun habe ich das Fleisch zum Meermärs gut, und dann habe ich das Spak, Tocino und das Schinkenfleisch hier machen, und dann habe ich die Peper, so viel ist die gleiche, und dann habe ich das Fleischsald, Loris, die kann sonst geben, und dann, das brauche ich dann an der Städt-Salt. Die kann sonst Fleischsald, das geben, ja, und dann kann ich einen herschmeißen, und dann wird die Chisnick-Pulversippeln geben. Ich habe hier so ein Chisnick von der Achel, und dann noch das Scheine hier, Zippeln und Jalapenos, wo ich kein Brünn gebroet habe, und dann natürlich hier. Und dann, wenn die Chisnick ist gut, dann habe ich auch zwei geschnitten, dann werden wir hier noch machen, und dann erst das rein. Dann werden wir zwei Böcksteig machen, zwei Böcksteig machen, und dann werden wir die voll stoppen. Schmecken schämtlich sein, ganz schön. Schmecken schämtlich sein, wenn man sein wird, und wir werden dich merken. Dann scheinen. Wir werden dich hier unter meine Träuberkissen, und ich will Ihnen sagen, was ich hier für Mehl habe. Ich habe die Löffel gewesen, ich war in einem Mal. Feuer, Koffel Mehl, ein Eetlepel Salt, zwei Eetlepel Zucker, zwei Eetlepel Hebs, und dann wird der Busig gehen, in der Instanz. zwei Eetlepel Schmalt, ich war von der Schwingschmalt gebrochen, in einem halben Koffel war mit Butter. Jetzt habe ich alle Träger hier, und dann merken wir dich. So ja, so ja, einfach. Ich wollte Ihnen das hier noch einmal wissen, wie ich das habe. So kann ich das sagen. Krass ist dort. Und dann kann ich das selbst merken, und die können auch nicht zwei Böcksteig brauchen, wenn die wählen. Dankeschön. Na ja, ich habe Spacken-Dee gemerkt, habe ich den Stattierminuten geknett, und dann werden wir den Unterdaten, wenn er sich verdoppelt hat, und dann werden wir zwei Böcksteig merken, und ich habe das Fleisch starten. Dankeschön. Und ich kenne mal, ich kenne mal, ich habe die Dicht, so fände ich ohne, es ist zweimal so groß, und wir haben uns hier, die Fähne wieder geschmieden. Dann machen wir alle hier rein. Dann werden wir Böcksteig merken, schmackere Böcksteig, und dann wird die Wiese, aber ich kann alle Böcksteig merken, was sie da haben. Ah, kenne mal. So. 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 so ein disco fleisch und die kann so ein fleischchen brauchen uns gewählen na ja und dann werden wir hier noch so ein fein kreis da noch her wo wir uns aufbieten, dass so ein fein raken das, die kann so ein fein brauchen uns gewählen, okay und dann nehmen wir die Aaken, die damit raken und dann das Z-Back geht der Taub da drunter am Taubarten, wo das fleischte fein werden lässt dass die Aachen werden gespielt und wo das schafft, checken wir uns das dort das hier alle Taubenjacken, checken wir mal da, kann ich sagen, und da drunter ist das da ist die Staub, pummels ist das, fein mehr und schmacken runter, zwei Böckchen und da drunter ist die Staub da ist die Staub da ist die Staub so soll ich fein, ich kann das nach Heimel wissen nehmen wir nach Heimels ein zwei Böckchen ich habe fein koffel Mehl gebrockt und gefft über 12 Stäck da wird vielleicht ein bisschen halbier da wird ein bisschen da wird ein bisschen da wird ein bisschen Fleisch schnappt gerade zu starten und hier wird ein bisschen mehr Fleisch einst, die würden wir in der Maasserspatz fallen und dann klären sie nach der Haalfrütte oder die Taubarten da kann ich nicht mehr Futter sehen wenn man so ein Max-Konsum der Lohnstisch hat nicht so viel Fleisch und dann nehmen wir an, dann röcke ich den und dann stört und dann hier wird er und dann stört und dann stört und dann stört und dann stört und dann und dann Dann nehmen wir das Fleisch. Das kann ich mitnehmen, mit einer Stau, mit einer Schau, und so weiter. Dann wird es abgeworfen und dann die Brücken klaut nicht. Das wird dann ein bisschen übertragen und dann hier. Hier war er, das ist dort, dass er alle tot nehmen. Genau so, hier war er. Ich zeige dir mal, dass er alle fähig ist. Dann drehe ich den Eber. Dann drehe ich den Schmuck und merke, vom Buben sind da noch ein Seierströmer. Schau mal, hier. Wir saßen nach Hause, und dann lassen wir ihn nach Bad nennen. Dankeschön. Okay, wir haben noch einen hier gewöhnt, dass ich all sei, mein Rauch hat und ich hoffe, das ist ein Seierfähn. Und dann habe ich noch etwas Fleisch, das ist ein Chili Colorado. Das habe ich nicht gewöhnt, das wird von der Saus einer dort verbraucht. Und dann haben wir ihn aufhören, und dann haben wir ihn aufhören, und dann werden wir ihn aufhören. Ja, und dann, werden wir ihn aufhören, und dann werden wir ihn aufhören. und dann werden wir ihn aufhören, und dann werden wir ihn aufhören, und dann werden wir ihn aufhören, Das ist dann so eine volle Mütte. Du, ach, guck mal da, das ist ja so eine Schmuck. Du weibach jetzt. Ich wollte ihn noch einwiesen. Wir waren heute bei Chili Colorado. Carne con Chili Colorado. Das war es heute, in den Videos. Schminkfleisch, Brünnbrot, das macht er, und dann werden wir ihn aufhören, und dann aufhören, und dann wird das Fleisch, das Fleisch, und dann wird er aufhören, und dann wird er ein bisschen Geldfleisch, und dann wird er das schmacken, und dann wird er das Fleisch überhören, Du, ach, da, ich weiß, du, Das war aber bloß bei der Fahndung. Jetzt wollen wir noch die Tau backen. Das wird keine Múltiets sein, so sie können sie holen. Hier und hier. Dann wollen wir die Stetschmack rund merken. Jetzt wollen wir die E-Wagen in der Halle und dann wollen wir sie backen. Jetzt wollen wir die E-Wagen in der Halle und dann wollen wir die Tau backen. Jetzt wollen wir die Lüten noch eine halbe Stunde machen. Jetzt wollen wir die Lüten noch eine halbe Stunde machen. Jetzt werden wir sie hier am Oven nehmen. Wir haben die 370 Kronen. Wir werden hier noch eine halbe Stunde machen. Wir werden die Lüten noch mal vorbereitet. Okay, die haben die 24 Minuten gebackt. Jetzt wird die Lüten noch rausgebracht. Jetzt wird sie mal rausgebracht. Wow, das ist ein super Eierschmack. Jetzt wird sie mal ein Schmack. Wow, ich werde sie noch wohnen. Ich möchte noch eine andere Kronen nehmen. Die haben sie auch Graut geworden. Die sind dann noch Graut geworden. hier haben wir an seinem disco fleischbären heute mal verbieten seine feinen knusprig krispy und nun sehen wir, was er von mir an ist. Wie sieht man das? Oh, was ich denke, was er erscheint. Nun werden wir ihn mal essen. Das ist ein Basai-Fan. Nun werden wir ihn mal schmacken. Ich muss immer sagen, dass wir Gott dankbar sind für was ich von dir gesehen habe. Nun werden wir ihn mal schmacken. Ich kann hier ein bisschen mexikanisch das Pricante, das ist das Buffalo. Ich lege einmal mit der Handpeper schalten die Bären, aber das regt mich immer nicht auf. Hier haben wir noch Salsa Verde, habe ich letztens gemerkt. Hier haben wir ein bisschen Stort und nun werden wir ihn mal schmacken. Hier ist man ein bisschen Stort und ein bisschen abschrapen. Das ist ein bisschen knusprig und vom Bären fernweg. Hoho! Ich kann hier noch mit Grünsch verschneiden, das Bacchon und Salud und Guacamole. Einmal schäubeln zu essen. Hoho, würde ich schmacken sein. Gibt ein Eisensfeberstich gebrochen, hält sich kracklich. Ein Eisensfleisch zu machen, einfach ein schäubeln, Pedro. Tüchkolle. Ja, schmacken sein, ich bin nicht innen, sagen. Ich möchte die Brotisch, das sind die Bolle, die Brotisch, die Brotisch sind von den Pamblankern. Da wird die Zäger-Zäger-Räusch und die Verbeerung von Handweg. Es geht nicht um die Schäubeln zu machen. Tüchkolle! ein rieber Stropplauch, das muss ich nicht sehen, merkt es doch, das betont sich, das Fleisch der Köln darf vorher merken, den nächsten Tag habe ich zwölf ab und dann nehme ich den Bord, zwölf abgüsten Stropp in der Fall, heute drei, die Köln abfrieren, in der Osten kiep abdähen und abwarmen, heute immer so drei, es schmeckt ein Schämtlichchen. Mhm! Mhm! Mhm!